Wir alle kennen die Geschichte. Ein Server wird angeliefert und verschwindet sofort im Serverraum. Mit dem zunehmenden Wachstum Ihres Geschäfts haben Sie immer wieder Speicherkapazität zugekauft. An sich einfach. Aber heutige Speicher sind nicht mehr so einfach. Von der großen Auswahl abgesehen, müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden, damit sie dem jeweiligen Bedarf eines Unternehmens gerecht werden. Kingston Technology ist der Experte in allen Speicherfragen. Sie müssen uns nur fragen und wir helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Server zu holen. Unsere Experten analysieren den Bedarf Ihres Unternehmens in drei Schlüsselbereichen. Wenn Timing der kritische Bereich für Ihr Unternehmen ist, wissen Sie, dass die Optimierung der Serverleistung entscheidend ist. Wenn Sie mit großen Datenmengen oder Virtualisierung arbeiten, hat die Maximierung der Speicherkapazität Priorität für Sie. Wenn der Stromverbrauch Ihres Unternehmens niedrig gehalten werden muss, ist ausschlaggebend, dass der Serverspeicher weniger Kühlung benötigt und weniger Strom verbraucht. Kingstons Experten helfen Ihnen gern, das für Ihr Unternehmen passende Gleichgewicht in diesen Anforderungen zu finden und die optimale Speicherkonfiguration für Ihren Bedarf festzulegen. Klicken Sie einfach auf den Link und unsere Kingston-Berater übernehmen den Rest für Sie.